Wir konnten mit der A&M sehr große Erfolge erzielen. Wir konnten monatlich bis zu 80.000 Euro mehr Umsatz generieren, neue Kundengruppen erschließen und sind digital einfach sehr viel breiter aufgestellt. Mein Name ist Viktor Krieger. Ich bin Geschäftsführer von der Firma Liebwein in Lauchingen. Wir haben uns auf Einbauküren spezialisiert, haben aber auch Kleiderschränke, Garderoben, Badmöbel im Sortiment und haben auch eine kleine Schreinerei, wo wir Änderungen vornehmen oder Sonnenanfertigungen anfertigen. Wir haben zehn Mitarbeiter und unsere Firma besteht seit 43 Jahren am Markt. Unsere Herausforderungen, bevor wir zu A&M sind, waren die Digitalisierung und Thema Zukunft. Wie können wir weitere Märkte und Kunden für uns gewinnen? Und da war das Angebot von A&M verlockend, etwas Neues auszuprobieren und neue Wege zu gehen. Wir wollten neue Märkte und Kunden erschließen und das Thema Digitalisierung war für uns natürlich bis dato auch aufgrund von Zeitfaktoren immer ein Problem, dass man sich nicht groß darum kümmern konnte. Und mit A&M hatten wir auf einmal einen Partner an der Hand, der das in Perfektion ausübt. Tatsächlich sind wir auf A&M aufmerksam geworden. Ich habe dann durch eine E-Mail im Postfach, danach habe ich die aufmerksam durchgelesen und habe dann auch das Unternehmen A&M gegoogelt, habe nähere Informationen gefunden und direkt einen Termin abgesprochen. Bei diesem Termin wurde mir A&M vorgestellt und die Dienstleistungen näher gebracht. Das Strategiegespräch durch A&M war sehr interessant und aufschlussreich. Es war für uns auf einmal eine neue Möglichkeit, neue Wege zu gehen, das Ganze in der digitalen Welt weiterzuführen. Auf einmal war ein Partner da, der professionelle Leads für einen generiert und unterstützt. Das Beste ist, man bekommt die Leads dann in sein Postfach gesendet und kann die Kunden direkt kontaktieren. Der Ablauf im Gesamtprozess war reibungslos, sehr aufschlussreich. Es wurde sehr oft nachgefragt, ob einem das so gefällt, ob einem das zusagt. Das Ergebnis war perfekt. Es war ganz genau auf unser Unternehmen zugeschnitten. Die Anfragen oder die Fragestellung an unsere Kunden war für uns optimiert und hat sich dann auch gezeigt, seitdem die Leads generiert werden, kamen sehr viele Anfragen auch bisher rein. Es gab keinen Einwand, mit A&M zusammenzuarbeiten, da sie von Anfang an sehr professionell und vorausschauend gehandelt haben und ich jederzeit einen Ansprechpartner an meiner Seite habe. Die Dienstleistung von A&M hat uns neue Wege und Möglichkeiten aufgezeigt. Wir können auf einmal ganz andere Kundengruppen ansprechen, was mit anderen Medien nicht möglich gewesen wäre. Wir hatten vor A&M noch keine Leads generiert oder mit keinen anderen Portalen zusammengearbeitet, weil für uns war das alles neu. Wir hatten auch bei den Gesprächen, die wir mit anderen geführt haben, nicht den Eindruck, dass die es so umsetzen, wie wir uns das vorstellen. Und da war A&M der erste Ansprechpartner, der uns professionell beraten hat. Die großen Vorteile der Dienstleistung von A&M sind, dass wir ganz neue Kundengruppen dazu gewinnen konnten und dass wir durch die Umkreissuche oder Eingrenzung natürlich auch relativ selber bestimmen können, wo wir Werbung machen und auch für bestimmte Aktionen dann bewerben können. Bei der Dienstleistung hat uns am meisten überrascht, dass die Qualität der Anfragen sehr hoch war und die Kunden sind sofort kontaktierbar. Die Kontaktdaten werden hinterlegt, man kommt auch sofort ins Gespräch. Ich kann die A&M jedem empfehlen, der zukünftig neue Märkte und Kundengruppen erschließen möchte und digital einfach sehr viel breiter aufgestellt sein möchte.